Hallo und herzlich willkommen zur Heilungsschule in der neunten Stunde. Ich spreche zum Thema Heilung durch die Kraft des Heiligen Geistes. So, ich habe schon drei Lehreinheiten ihr vorgetragen. Einmal, was die Kraft des Heiligen Geistes für jeden ist, wie wir sie empfangen, wie sie zunimmt. Und heute möchte ich über den Preis der heilenden Kraft des Heiligen Geistes sprechen. Ja, und da starten wir mit einem sehr, sehr ermutigenden Vers aus dem Alten Testament. Und da steht in Jeremia 33, Vers 3 und da heißt es, rufe mich an, so will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge verkündigen. Ja, das sagt Jesus, dass wir zu ihm kommen sollen, ihn anrufen sollen, bei ihm sein sollen und dass er uns dann eine neue Dimension eröffnet von der Kraft des Heiligen Geistes, von Heilung und genauso auch von Zeichen und Wundern. Und ihr Lieben, wenn wir über die Kraft der Heilung des Heiligen Geistes sprechen, ja, dann gibt sie uns so viel. Es gibt uns Autorität über den Feind, es gibt uns Gebetserhöhung, Schutz und vieles andere mehr. Aber diese Kraft des Heiligen Geistes kostet auch einen Preis. Und die Bibel sagt in 1. Korinther 15, Vers 31, dass wir täglich sterben, dass wir unser Leben täglich niederlegen. Ja, aber wie soll denn das geschehen? Und ihr Lieben, den Preis für die Kraft des Heiligen Geistes, den bezahlen wir im Gebet. Und wir haben das gesehen in den ersten Sendungen hier, in den ersten Lehren, ja, dass Jesus diesen Preis bezahlt hat. So, er wurde erfüllt bei seiner Taufe, aber er ging 40 Tage in die Wüste und dort hatte er Zeit mit dem Heiligen Geist. Dort empfing er die Kraft des Heiligen Geistes und von da aus diente er. So, wir haben Petrus kennengelernt in der Apostelgeschichte, ja, wie er die Vision empfangen hat, ja, in der Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wie er dann mit den anderen zusammen zehn Tage vor dem lebendigen Gott war und gewartet hat auf die Kraft des Heiligen Geistes, weil er wusste, ich kann es alleine nicht, wir brauchen den Heiligen Geist. Und sie warteten so lange, bis sie erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Und der Heiligeist kam und setzte sie in einer neuen, übernatürlichen Dimension frei. Ja, lieben, vor kurzem habe ich nochmal das Buch von Benny Hinn über Salbung gelesen. Und er schreibt dort auch über den Preis der Salbung, über den Preis der Kraft des Heiligen Geistes. Er sagt, dass er in einer Veranstaltung mit Catherine Kuhlmann war und erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist, wie er das zuvor nie erlebt hatte. Und wie er dann ein Jahr viel Zeit mit dem Heiligen Geist verbracht hat. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, predige das Evangelium. Und er ging in die erste Veranstaltung, war noch ein bisschen ängstlich, weil er stotterte. Und der Heilige Geist kam auf ihn und er konnte das erste Mal ohne Stottern das Evangelium verkündigen. Die Kraft des Heiligen Geistes kam, erfüllte jeden Einzelnen und Zeichen und Wunder sind geschehen. Und er sprach darüber, dass diese Salbung einen Preis kostet. Und ihr Lieben, die Frage ist, sind wir bereit, diesen Preis zu zahlen, sodass ich heute hier stehe und euch über das Wort Gottes etwas weitergeben darf. Das hat damit zu tun, dass eben ich vor einigen Jahren bei einer Gebetskonferenz war. Und eben viele haben darüber gesprochen, dass Gebet wichtig ist und was alles durch das Gebet passiert. Und ich habe gedacht, hey, das muss ich doch mal ausprobieren. Und ich habe so eine Zeit für Gott reserviert. Ich war damals selbstständig und Zeit war für mich sehr, sehr wertvoll. Aber ich habe gesagt, Jesus, ich gebe dir diese Zeit. Und ihr Lieben, schon beim ersten Mal, wo ich Gott etwas länger gesucht habe, damals habe ich mir so drei Stunden reserviert, kam der Heilige Geist mit seiner Salbung, mit seiner Kraft auf mein Leben, wie ich das zuvor nie erlebt habe. Er hat mir Offenbarung gegeben aus dem Wort Gottes. Er hat mich ins Gebet geführt, für bestimmte Menschen zu beten. Und sie haben kurze Zeit später ihr Leben Jesus gegeben. Gott fing an, mich zu gebrauchen, hier in der Gemeinde, zum Leiten, zum Gebet und für vieles andere. Gott hat mich gesegnet in meinem Geschäft, das ich damals hatte. Und das ist passiert dadurch, dass ich Gott gesucht habe. Aber an diesem Tag wusste ich, das darf keine einmalige Sache sein, sondern ich habe es Woche für Woche fortgesetzt. Gott, ich möchte vor dir sein. Ich möchte dich erleben. Und ganz egal, ob das emotional war oder nicht so emotional, ich bin zu Gott gegangen und ich habe ihn gesucht. Und ihr Lieben, wenn wir das tun, dann kommt die Kraft des Heiligen Geistes auf unser Leben. Und ich möchte dich fragen, bist du bereit, täglich zu sterben? Bist du bereit, dein Leben vor Jesus niederzulegen? Bist du bereit, Zeit mit ihm zu verbringen? Und ich kann dir sagen, die Kraft des Heiligen Geistes wird auf dich kommen in einer neuen Dimension. Und du wirst Menschen die Hände auflegen und es werden Zeichen und Wunder geschehen. Und dafür möchte ich heute beten. Jesus, ich danke dir, dass dein Wort sagt, dass wenn wir dich anrufen, dass du uns große und unfassbare Dinge mitteilst. Dinge, die wir uns nicht vorstellen. Und ich bete für jeden Einzelnen, der heute diese Sendung sieht, dass du jetzt mit deiner Kraft auf ihn kommst, dass du ihn erfüllst und dass er bereit ist, dich zu suchen, vor dir zu sein. Und ich danke dir, dass du uns da heraus lossendest, zu Kranken zu gehen, ihm die Hände aufzulegen und zu sehen, wie Zeichen und Wunder geschehen in dem Namen Jesu. Amen. Herzlichen Dank und ich wünsche dir Gottes Segen. Amen. Vielen Dank.